Der FC Schalke 04 konnte mit einem 5 zu 1 Sieg über Eintracht Braunschweig sensationell in die neue Zweitligasaison starten und in diesem Video zeige ich euch, wie ihnen und Trainer Karel Gerrath das gelungen ist. Entscheidend war erst einmal, was man mit Ball gemacht hat, da man zunächst die spielbestimmende Mannschaft war, deutlich mehr vom Ball hatte und das direkt auch nutzen konnte. Braunschweig spielte wie erwartet im 5-3-2 gegen den Ball, das sieht man hier ganz gut, während es bei Schalke schon etwas überraschend eine 4er-Kette war, sowohl mit als auch gegen den Ball. Mit Ball war die 4er-Kette ziemlich flach, man sieht das hier, ein flacher 4-2-Aufbau, also die Außenverteidiger relativ tief, da vorne Doppel-6 und an sich war es eher so eine Art 4-2-3-1. Schalke hat sich dabei überraschend ballsicher gezeigt, meistens hat man im Aufbau dann auch Unterstützung von vorne bekommen, dann hat sich eben einer aus der Offensivreihe fallen lassen, meistens war das wie hier Karamann, der nominell der 10er in dem System war, dass man einfach im Mittelfeld nicht überladen wurde, da hatte Braunschweig eben immer 3 Mann, Schalke nur die Doppel-6 und dadurch, dass Karamann sich fallen ließ, hatte man da zumindest mal eine Gleichzahl und war dann im Zentrum nicht in Unterzahl. Das gleiche sehen wir auch hier, aber das Ziel war auch nicht unbedingt, sich durch das Zentrum hindurch zu kombinieren, sondern eher über die Außen zu kommen. Andererseits sehen wir hier zum Beispiel Hekerin, der Torhüter wurde hin und wieder auch im Aufbau mit einbezogen, dadurch konnte dann zum Beispiel, wie in dem Fall, Linksverteidiger Mökin ziemlich hoch schieben in die letzte Linie, hat da dann den rechten Schienenspieler von Braunschweig tief gebunden, denn die Schienenspieler von Braunschweig sind tatsächlich extrem aggressiv immer vorgeschoben auf die gegnerischen Außenverteidiger und genau das hat man sich eben zunutze gemacht, denn dadurch, dass die Außenverteidiger von Schalke relativ flach standen, also ziemlich tief, sieht man in dem Beispiel auch ganz gut mit Rechtsverteidiger Gantenbein und dementsprechend konnte man den linken Schienenspieler von Braunschweig aus der Ordnung herausziehen, aus der Fünferkette hinten und so hat man halt einen großen Raum im Rücken von diesem Außenverteidiger kreiert, den man dann eben bespielen konnte. Das war dann tatsächlich aber auch relativ schwach verteidigt von Braunschweig, dass sie da so aggressiv drauf gehen und dann hinten solche Lücken lassen. Exemplarisch dafür ist diese Szene, da haben wir wieder einen flachen Viereraufbau, beide Außenverteidiger von Schalke sind ziemlich tief und man sieht auf Braunschweigers Seite einerseits die Ordnung, das 5-3-2, die aber was die letzte Defensivreihe angeht auseinandergerissen wurde, denn einerseits hat zunächst der linke Schienenspieler Druck ausgeübt auf den Rechtsverteidiger von Schalke, in Folge dessen ist auch der linke Innenverteidiger von der Fünferkette von Braunschweig rausgezogen, um eben auf den Schalker Flügelspieler Druck auszuüben und Schalke spielt es dann eben auch gut aus, nutzen eben diese Gleichzahl, beziehungsweise die Spieler aus dem Zentrum, spielen vom Rechtsverteidiger auf den Achter, dann eben auf den Flügel und dann ist es Karamann, der eben einen guten Laufweg macht, diesen Raum erkennt, eben dieses große Loch hinter den beiden Abwehrspielern von Braunschweig und da dann eben in die Tiefe einstarten kann, nachdem er den Pass erhalten hat und somit hast du dann auch eine 3 gegen 3 Situation kreiert, daraus ist jetzt zwar nichts entstanden, aber so hat es Schalke einfach geschafft, sich von hinten nach vorne zu spielen und dann konnten sie im letzten Drittel auch ihre individuelle Qualität ins Spiel bringen, da waren es meistens nicht die ganz überzeugenden Spielzüge, aber sie haben es gut geschafft ins letzte Drittel zu kommen und dann hatten sie eben die Qualität in ihren Reihen, um Braunschweig dort zu bezwingen und dementsprechend auch relativ hoch zu gewinnen. Aber auch gegen den Ball hat es Schalke gut gemacht und relativ wenig zugelassen, vorne hat man ein relativ aggressives und hohes Pressing gespielt, vor allem zu Beginn des Spiels und die Braunschweiger da relativ selten überhaupt erst ins Spiel kommen lassen, erst so ein wenig dann nach dem Treffer von Braunschweig, da wurde man etwas passiver. Ansonsten hat die Viererkette aber auch gegen den Ball echt gut funktioniert, man hat es im gegnerischen Ballbesitz meistens geschafft, Druck auf den Ballführenden auszuüben, beziehungsweise spätestens dann, wenn sie in gefährliche Zonen kamen. In deren eigenen Spielfelddrittel hat man Braunschweig dann meistens gegen Ende des Spiels etwas spielen lassen, aber die Ordnung in den wirklich wichtigen Zonen war auf Schalker Seite auf jeden Fall gegeben, man hatte dann hinten die Viererkette, die Doppelsechs, die relativ eng davor platziert war und man konnte halt, wie eben vorhin schon gesagt, mit dem 3 gegen 3 im Mittelfeld die Braunschweiger relativ gut matchen. Du hattest dann eben den 10er Karamann am gegnerischen 6er und die Doppelsechs von Schalke war dann an den 2 Achtern von Braunschweig und so hast du deren Zentrum halt kaum ins Spiel kommen lassen, was auf jeden Fall extrem wichtig war. Ansonsten sieht man jetzt hier ganz gut, du hattest mit den Flügelspielern natürlich auch ziemlich defensiv starke Spieler aufgestellt, einmal mit Tobias Mohr, der hat hin und wieder auch mal Schienenspieler gespielt und rechts Mehmet Aydin, der ist ja auch gelernter Außenverteidiger, Rechtsverteidiger, dementsprechend hatten die auf jeden Fall die nötige Kompetenz im Anlaufen und so hat man häufig vor allem das Zentrum gestärkt. Man hatte ja da ohnehin schon das 3er Mittelfeld von Braunschweig gematcht, hat dann aber zusätzlich die Deckungsschatten der Flügelspieler genutzt, um da noch weniger durch das Zentrum zuzulassen. So hast du dann natürlich die Passwege auf die Flügel von Braunschweig geöffnet, aber auch da war man dann relativ schnell und enger Mann, ist mit den eigenen Außenverteidigern der 4er Kette draufgeschoben und so konnte man es echt gut verteidigen. Die Flügel offensiv sind dann hin und wieder auch mal die Innenverteidiger, die äußeren der 3er Kette angegangen, sobald sie halt eben in gefährliche Zonen kamen. Ansonsten stand man da relativ sicher und hat vor allem das Zentrum kompakt gehalten. Mir hat dann vor allem gefallen, dass mit den Einwechslungen Rerats nicht umgestellt hat auf die klassische 5er Kette, die man ja letzte Saison und ich glaube auch in der Vorbereitung meistens gespielt hat. Nein, man hat das System beibehalten, obwohl man eigentlich mit Donkor zum Beispiel passende Spieler eingewechselt hat und hat dann weiterhin in der 4er Kette gegen den Ball agiert. Hier ist es ein 4-4-2, 4-2-3-1, war dann meistens auch relativ flüssig dazwischen, aber auf jeden Fall grundsätzlich mit der 4er Kette ganz hinten und das war der Schlüssel zum Erfolg. Das soweit meine Taktikanalyse zum Auftaktsieg von Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Spiel in die Kommentare zu meiner Analyse. Seht ihr es ähnlich oder habt ihr noch andere Erkenntnisse zum Spiel? Alles gerne unten rein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!